Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Pornpannas Kochstudio. Heute machen wir Patka Pau Nuiai Bot. Patka Pau Nuiai Bot. Habe ich doch gesagt, oder nicht, mein Schatz? Du bist eine strenge Lehrerin. Ehrlich wahr. Du bist eine ganz strenge Herrin. Patka Pau Nuiai Bot. Nicht kann. Aber richtig. Jeder würde mich verstehen. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe ins Restaurant Patka Pau Nuiai Bot, dann wüssten Sie genau, was ich haben will. Also, das ist heute Patka Pau. Kennt ihr auch, ne? Wird mit Reis. Aber das ist heute mit Hackfleisch. Aus argentinischem glücklichen Rinderhack. Argentinische Wiese. Keine Ahnung. Hier vom Makro. So, das gibt es heute dabei. Natürlich wieder mit Chilis drin, mit Knoblauch drin und Ei kommt dabei und ja, alles so mögliche. Wird bestimmt lecker. Obacht und mitgemacht. Auf geht's. Patka Pau Nuiai Bot. Patka Pau Nuiai Bot. Ja. Habt ihr gesagt? Swadika, hallo. Bye von Panakopski. Ja, grüß Gottle auf, Frau Chefköchin. Jetzetle, was haben Sie denn da, Ihren Mörser hier? Was ist das? Knoblauch und Chili. Knoblauch und Chili. Eine scharfe Portion oder eine normale? Scharfe, ich weiß es nicht. Schön, mein Schatz. Dann mal rein. Oder nicht, dass es so ist, wie gestern, mit deiner Suppe da. Und das war noch ein bisschen arg scharf, gell? Ich weiß nicht, ich habe dir die Hand gekauft, noch, ich habe keine Ahnung. Man kann sie da manchmal damit versehen, mit den Chilis da, die sind nicht immer gleich scharf. Es gibt da unterschiedliche Schärfen, ne? Schon klar, ne? Also Obacht. Ja, ich mache schon weiter. So, was ist das hier? Basilikum? Basilikum oder Gapau. Auch egal. Ja. Basilikum, dann hier nochmal Peperoni und Chilis. Ja. Dann... Für Farbe. Für Farbe, ja klar. Dann Rinderhack haben wir heute. Ja. Das Gute aus Makro war im Angebot, glaube ich, sogar. Sie haben das mal mitgenommen, ne? Dann hier nochmal Pfeffer. Ein paar rohe Eier, vielmehr drei Stück. Und Gurken. Und Gurken. Was machen Sie? Wassermelone? Was ist das? Nee. Das ist nichts. Okay. Gut. Gehört heute nicht dazu. Jetzt, kommt das alles? Nee, warte mal. Langsam, langsam. Das zerstoßende Chili und Knoblauch. Oh, muss ich die Tür wieder aufmachen, oder? Hm. Hm, sagst du. Hm, hm. Na, na, na. Also das könnte wieder würzig und scharf werden. Nicht scharf. Nicht scharf. Ja. Wie ist das hier mit den Temperaturen jetzt hier so an die 40 Grad? Ist das das richtige Essen heute? Oder sollte es lieber etwas, etwas Leichtes sein, normalerweise? Geht doch. Geht doch, sagt meine Frau. Geht doch. Also das Hackfleisch da rein, das gute Rinderhack vom argentinischen glücklichen Rindern. Klopft dann dran, irgendwas zum argentinischen Rindern oder eh scheißig. Also ich kann's ja hier auch neben von deinen deutschen Bauern das vertrauen. Also. Alles hier hinein. Das sieht doch schon lecker aus, so. Ja, die Platte, wir haben das irgendwie nicht richtig, da jetzt berechnen kann, da ist doch ein bisschen hoch, weil da ist ja noch die Platte und dann die, ne, das hat alles natürlich noch hoch und dann die Pfanne auch noch hoch. Das haben wir dann ein bisschen falsch da jetzt ausgerechnet für das kleine Mäuschen hier. Ne, dann ist es auch nur in Schlappen hier, obwohl, wenn du jetzt hier schöne High Heels anhättest vorne. Ja, 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 ja. Weißt du, wenn du jetzt schöne High Heels anhättest, rote, dann wird das natürlich noch wieder anders, ja, verstehst du? Ja, ja, ja. Ja, das haben wir dann, ich hab das dann so jetzt gerechnet, dass Frau immer hier steht in roten High Heels. Ja. Die schweifen vom Thema ab. Also, das alles jetzt hier schön hier rein, mixi-mixi machen, ist nicht so schwarz, glaube ich, ne, heute nicht so schwarz, ne? Cool, ne? Ne, ich hab noch kein Kratzen im Hals gespürt. So, ich hab noch mal wieder, das nehm ich. Gut. Genü. Hat sie hier was hingelegt, hier drei Fläschchen, einmal Soja. Für Farbe. Für Farbe. Ist das das süße Soja wieder? Ja. Ja, mach nicht so viel Süß. Mach nicht so viel Süß. Weil das ist so wirklich süß. Ja. Ich weiß, damit, ähm, da kannst du fast Zucker, äh, Rübensaft nehmen, ehrlich nur. Das war Pilzsoße dünn. Das war aber wirklich dünn, da war ja nichts mehr drin. Peinlich. Und, na ja, egal, jetzt ist die Pilzsoße dick auch noch rein, egal, ist dasselbe. So. Hat die Flamme aus. Ganz bisschen nur ein, ganz bisschen. Okay. Und jetzt Wasser. Wasser kalt oder warm? Kalb. Kalte Wasser. So. Hm. Amol, ja. Amol. Kann man das auch mit Schwein nehmen? Weil heute hatten wir, äh, mit Rind. Kann dann. Kann auch mit Schwein dann nehmen. Oder halb und halb. Ja, kann ja. Ist also nicht unbedingt, äh, Pflicht hier mit, äh, Rinderhack. Ordentliche Portion, äh, Pfeffer. Ja, da lacht der Vogel. Ja, da noch hier. Und Chili und Peperoni hinterher. Kochen oder ein bisschen Wasser? Oh, ein bisschen kochen, mein Schatz. Bisschen, bisschen. Bisschen schrumpelig machen. Bisschen schrumpelig. Na? Chili. Ich hab gedacht, jetzt kommen die Eier da rein. Nee, die kommen extra. Eier kommen extra. Ach, das gibt so Spiegeleier. Ja. Ach so. Ja, gut. Okay, Spiegeleier, äh, das kann ich auch. So. Ja, ja, wie lange? Ich hab nicht gesehen. Spiegeleier. Ich kann sogar Omelette. Ich kann sogar Rührei. Ich kann Frikadellen. Ich kann Chivapchitschi. Ich kann, äh, Poh, äh, ich zauber dir alles hierhin hier. Ja, ja. Nächste Mal, äh, Kochstudio. Ja, ja. Das sieht lecker aus. Das Ganze wird dann mit, mit Reis bestimmt kredenzt, oder? Ja, und thailandischer, klar. Lecker. Na, war mir sicher. Kein Salz drin. Mmh, 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 mmh. 100 Wiener Mütter. Oh, und bisschen Salz natürlich schon, ne? Auch hier, bei dem Ei, ne? Also Salz muss sein. Ich hab gesagt, Salz, mein Schatz. Nein. Ach nein, wir kochen Salzarm. Aha, okay. Gut. Noch eins hinterher. Ach so, die zwei erste, ich bin da schon nicht, und das eine, ich bin. Ja, letztlich. Ah, jetzt, ja. Meine Frau weiß genau. Ach, die Gürkchen hier. Oh, oh. Wieder mit deinem Spezialding hier. Ja, jetzt. Oh, oh. Dass man weiß, wie kriegt man die so hübsch dann da hin. Oh, oh. Guck mal. Einfacher wie Bumsinn. Oh, so macht man das. Mmh. Fragen auch schon Leute nach, wie geht das denn, ne? Dass Bumsinn es immer so schön hübsch kriegt dann. Eigentlich ganz einfach. So, diesen komischen Spezalschäler kaufen. Hm. So. Ach, sind wir schon fertig? Ja, die hat schon fertig. Oh. Ja, ein bisschen Saft dabei. Oh, ja. Mmh. Genau, nicht so trocken. Herrlich, mein Schatz. Herrlich, herrlich. Ich bin begeistert. Das sieht doch mal lecker aus. Jungs. Probieren. Es kam mir auch öfters mal die Kritik. Ich sollte doch auch bitte essen wie ein Thai. Mit Gabel und Löffel. Bitte nicht mit Messer hier im thailändischen Tisch sitzen. Du hast gar nicht essen, Patkappappen. Mmh. Nur Mug und Gai. Mmh. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Schlafen, mein? Perfekt. Perfekt, muss ich sagen. Aber Ei hat keine Salz. Das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ei hat keine Salz dran. Nee, gar nicht. Ah. Aber sonst, ehrlich zu. Mmh. Oh, lecker. Also scharf. Ja, es ist scharf. Es ist gut. Gut so. Mmh. Oh, lecker. Oh, lecker. Haltet euch fest. Neun Punkte heute. Neun Punkte. Neun Punkte. Porn, das wäre eine Zehn, wäre das jetzt geworden. Hättest du das Salz hier nicht vergessen. Geil. Mmh. Oh, lecker. Echt warm. Wirklich gut. Also, echt warm. Knoblauch, ja, ein bisschen kommt raus. Aber wir haben immer schon Knoblauch drin, ich sage, nein. Von daher ist es bei uns nicht so auffällig, ne? Auffällig. Aber heute wirklich gute, muss ich echt sagen. Hervorragende Arbeit. Bin stolz auf meine Gattin. Immer an Denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüss. 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 Tschau.